Michael Schumacher ist eine wahre Rennsportlegende. Sein Manager Willi Weber erkannte sein Potenzial vor jedem anderen. Später kam jedoch heraus, dass Schumis Erfolg auf einer Lüge basierte. Was wäre Michael Schumacher nur ohne Willi Weber gewesen? Der langjährige Formel-1-Spitzenreiter hat seinen Erfolg, neben seinem unumstrittenen Talent, nur diesem einen Mann zu verdanken. Von Schumis ersten Versuchen als Rennfahrer 1988 bis hin zu seinem ersten Rücktritt 2006, war Willi Weber der Manager an seiner Seite. Wie alles mit einer Lüge begann und warum Willi seinen Glücksjungen dann bei seinem Comeback 2010 nicht mehr unterstütze. Michael Schumachers Manager – Wer ist Willi Weber? Doch wer ist der Mann, der Michael Schumacher seine steile Karriere erst ermöglichte? Willi Weber wurde am 11. März 1942 in Regensburg geboren. Bereits als Jugendlicher entdeckte er seine Geschäftstüchtigkeit und begann seine Karriere jung mit dem Verkauf gebrauchter Armeekleidung. Anschließend absolvierte er eine Hotelfachlehre, um danach einen Gebrauchtwagenhandel aufzubauen. Später widmete er sich jedoch wieder der Gaststätten- und Hotelbranche und arbeitete sich vom einfachen Angestellten zum Manager hoch. Seine eigentliche Leidenschaft war jedoch immer das Rennfahren. 1983 machte der Hobby Rennfahrer ernst und gründete gemeinsam mit dem Ingenieur Klaus Treller den Formel-3-Rennstall, WTS, Weber Treller Stuttgart. Der Stall, in dem Michael Schumacher später Fahrer sein sollte. Michael Schumacher und Willi Weber Der Deal zum Erfolg Willi Weber war es, der Michael Schumachers Talent sofort erkannte. Der damals 22-jährige Schumi überzeugte Willi im Herbst 1988 bei einer Talentsichtung auf dem Salzburgring in Österreich. Obwohl Michael Schumacher zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei finanzielle Mittel mitbrachte, engagierte Willi den damaligen Formel-Ford-Vizemeister vom Fleckweg für sein Formel-3-Team. Ich habe in Michael etwas gesehen, das ich noch bei keinem anderen gesehen hatte, betonte Willi in der Vergangenheit. Dieser unbedingte Wille, dieser Ehrgeiz, diese Liebe zum Motorsport. Ein Deal, der sich für den Manager später mehr als bezahlt machen sollte. Der Grund, während Willi Weber dem Nachwuchstalent Michael Schumacher den Einstieg in die Formel-3 ermöglichte, band er ihn zehn Jahre lang als sein Manager vertraglich an sich und verlangte im Gegenzug das Recht auf 20 Prozent der potenziellen Einnahmen des Rennfahrers. Mit dem Namen Mr. 20 Prozent ging er wegen dieses Erfolgs-Deals später durch die Medien. Wie Willi Weber Jahre danach in einem Interview im Podcast Starting Grid, laut motorsport-total.com, durchsickern ließ, wäre zum Zeitpunkt der Vertragsschließung sogar noch mehr für ihn drin gewesen. Wenn ich gesagt hätte, ich will 50 Prozent, hätte er immer noch gejubelt, erklärte er. Michael Schumacher wäre damals ein junger Rennfahrer gewesen, der die Chance bekommt, zwei Jahre Formel 3 umsonst zu fahren. Für ihn wäre es etwas Großes gewesen, dazu noch ein paar Mark zum Überleben zu verdienen. Willi Weber gibt weiter zu, dass er über zwei Millionen in den Karriere-Start und den Weg zur Formel 1 von Schumi investiert hätte, und fügt rhetorisch hinzu, was hätten sie denn gemacht? Rückblickend genau die richtige Entscheidung für den Entdecker der Formel-1-Legende.